So, da bin ich schon wieder zurück. Ich wollte eigentlich gerade rüber gehen in Rette die Welt und dann live gehen, aber Barbossa alias Moritz hat es sich dann auch nicht nehmen lassen, mir was zu schenken. Also wirklich, ihr seid echt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist halt einfach so ein ganz komischer Moment wieder, ist genauso wie ich, wenn donated wird oder sonst was. Ich kann halt wirklich immer nur Danke sagen und geht auch auf jeden Fall bei Drafio, der eben mir was geschenkt hat, da ins Video rein, oben rechts in der Infokarte ist der Kanal schon verlinkt. Also gerne da ein Abo dalassen, macht ihm die 10 voll und ich würde sagen, irgendeiner wird sich jetzt finden, der Moritz die 50 Abonnenten voll macht. Ich habe gesehen, er hat auch zwei neue Videos hochgeladen oder mehrere jetzt und in dem Sinne schauen wir natürlich, was er uns geschenkt hat in 3, 2, 1. Was ist es? Ich weiß gar nicht, was noch drin ist. Der Zauberwürfel. Ah! So, hat mir irgendeiner das bis zum Ende geguckt? Oder gibt es überhaupt ein Ende bei dem Emote? Also ich habe es mal laufen lassen, aber ich glaube, er löst den Würfel nie auf. Aber nochmal, wie gesagt, geht in die Videobeschreibung, lasst gerne ein Abo da, einfach ein bisschen Support zurückgeben. Natürlich, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ich habe schon gesehen, beim letzten Video habt ihr schön Likes da gelassen. Auch danke dafür und in dem Sinne euch noch viel Spaß. Ich denke mal, bis gleich dann. In dem Sinne, haut herein.